willkommen bei meinem neuen Video. In diesem Video ist dabei Jason, Huber, Wixer, Mixer, Duxer, wie er immer auch immer heißt. Jetzt, wir gehen ein bisschen spazieren, wir nehmen euch ein bisschen mit, wie immer. Und ja, wir spazieren wo genau, keine Ahnung. Irgendwo einfach nach mir lang, jetzt. Wir sind aber auf jeden Fall Roya Marta, glaube ich. Ja, ja. Und ja, ich filme erst einmal mit meinem iPhone. Und ja, ich auch heute. Und ja, das sind nur teile auf 60fps Video. Ja, dieses Video wird einfach 4K und 60fps sein. Wow. Ja, Speicher sagt nein, ne? Ja, ich habe genug Speicher. Egal jetzt. Da vorne haben wir den Porsche Laden. Ach stimmt. Der, bei iPhone kann man dieses Video aber nicht umdrehen, das ist scheiße. Ja, egal. Egal. So. So Leute, Porsche Laden, sein Großmutter. Ui. Geiles Auto. Leute, abonniert, damit ich das kaufen kann. Ey, so jetzt. Das ist nur Unterhaltung, Leute. Also nicht ernst nehmen. Sorry, wenn mein Handy so viel wackelt, weil ich kann Einhand nicht benutzen, wegen meinem Eistee. Eistee, ne? Ananas Getränk. So, sieht das Ganze hier aus. Ja, diese Qualität ist schon geil, Alter. Weil er so wunderschön... Checkt bei denen auch ab. Den Link packe ich in den Beschreibungen rein. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. So Leute, ich bin wieder hier am Start. Leute, ich weiß, ich bearbeite meine Videos nicht. Ich lade die einfach so hoch, wie ich es möchte. Ich lade die einfach hoch, Leute. Ich mache YouTube als Hobbymäßiger. Also ich nehme YouTube ernst schon, aber ich mache das halt als Hobby, weil mir es Spaß macht. Wenn mir Spaß macht, dann mache ich auch Geld. Äh, jetzt. Jetzt. Dengar, diese Firma ist so Müll. Gar nichts funktioniert bei denen. Oto besser, Leute. Geht so Oto, Oto, Oto. Der bei denen funktioniert gar nichts. Ja, ich fahre mit Vodafone-Fauser. Ja, guck. Ja. Traktor, bitte. Traktor, bitte. Der kommt aus Dorf. Ja. Dorfname ist Ochsan, Boxan, Duxan. Spass. Das kommt von euch aus Dorf, ne? Ja, ich meine den Traktorfahrer, ne? Achso, ja. Wer hat mit dir geredet? Ja, okay, du morgens. Ja, Spaß. Ja, ho. Besser ist? So, Leute. Wir gehen ein bisschen spazieren. Wir nehmen euch, äh, wie immer, nicht mit. Spaß. Äh, wir nehmen euch mit. Spaß. Äh, äh. Jetzt, hier sieht das Nürnberger, äh, Stadt aus. Ja, das Problem muss auch noch funktionieren. Schaut gerne meine, meine andere Videos an. Und liked die und abonniert die. Leute, ihr fragt euch jetzt. Der Typ hat gestern Horror-Video gemacht. Jetzt kommt auf einmal Blog. Ja, Leute. Der Hater hat bei uns immer noch nicht angemeldet. Also, der Hater hat uns immer noch nicht geschieben. Mal schauen, wir warten, bis er schreibt. Und, ja. Ja, hoffentlich, der schreibt uns so schnell wie möglich an. Sag mal. Der filmt mich hier. Spaß. Ja, Leute, wir sehen uns vorne irgendwo dann wieder mal. Leute, wir sind wieder mal im BMW-Laden. Ihr wisst ja schon, ich filme hier 100 Mal. Da, ja, auch mal. Hier haben wir BMW-Laden. Und, ich hab ja schon einmal oder zweimal gefilmt. Ja, hallo. Oi. Geile BMW-Laden haben die hier. Na, wir sind schon mal. Ja. Wir gucken weiter, Leute. Ja. Hier ist irgendwo ein Misch, oder so. Boah, geile BMW ist der. Daumen ist, Das ist der Mini-Laden. Ja, weil Mini und BMW ist ja gleich der Film. Ja, das ist nicht Mini. Ist ja gleich der Film. Ja. Mini-Autos kann man machen, muss man aber nicht. Die sehen jetzt nicht besonders gut aus. So, Leute, willkommen bei meinem neuen Video. Ich starte einfach Video. Ich mein, So, Leute, es ist kalt. Ich sitze da schon. Neben mir ist Jason, aber der will nicht in die Kamera. Jetzt greift nicht. Jetzt greift nicht. Irgendwie. Egal. Kamera. Leute, wir sitzen hier rum und trinken hier und, also trinken Apfelschule und Ananas getrunken. Und danach essen wir noch Gummibärchen. Ich sag die Marke nicht, weil ich mag keine Werbung. und ja, ich, 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 der, ja, kann mal aufhören zu lachen. Spaß. Ey, kann nicht nur. Ich, 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 ich glaube ich beende hier das. Ja, das ist voll kalt. Asyl wäre der Haar. Ich, 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 ich war es jetzt, ähm, halt mal nochmal. Ich glaube, ich beende das Video jetzt hier. Wie lange ist das Video schon her? Ich glaube, ich film es halt. Ich glaube, das Video ist 10 Minuten geworden oder so. Mal schauen, Leute. Egal, Leute, ich schlafe das einfach hoch. Es war ein kleines Vlog. Ein Lebensvlog, das ich noch lebe. Ja, ja. Guckt halt nur keiner. Ja, das war's mit dem Video. Willst du was in die Kamera sagen? Okay, das war's mit dem Video, Leute. Wir sehen uns irgendwann später. Ciao, ciao.